Wer ist er denn? Ist das das Büro? Da ist der Schlüssel wahrscheinlich. Entschuldigung, der Schlüssel da oben? Kann ich ihn haben? Klar, ich könnte dir den Schlüssel geben, wenn du mir einen Kuss gibst. Iiiiih! Voll der Pedo! Ein Kuss, ehrlich? Dann geben sie mir den Schlüssel. Klar, komm her und setz dich auf mein Knie. Stirb mit einer Ananas. Ich bring sie um. Stirb mit einer Ananas gefällt mir sehr. Was für ein Loser. Ich hoffe, sie sterben, während eine riesige Ananas in ihrem Po wächst. Und eher so not impressed. Wer ist denn der Nummer 12? Ah, das ist die Bürotür. Telefon. Wenn ich die Polizei anrufe, helfen sie mir ja bestimmt auch nicht. Das stimmt wahrscheinlich. Ah, 50 Gläubige! Yay! Okay, was geht mit ihr? Hallo, geht's dir gut? Was soll das denn heißen? Ja, äh, wir haben gefragt, ob es ihr gut geht. Ich will nichts sagen. Der Doktor schneidet dir den Kopf auf, wenn du nicht gehst. Okay. Er isst gern gehören. Meins hat er schon. Er hat all meine Gedanken gegessen. Lobotomie. Mit einem kleinen Löffel. Deins ist er auch. Ich hab dich im Büro gesehen. Du warst tot. Oh nein, da muss ich los. Ich hoffe, du findest neue Gedanken. Noch ein, noch ein... Oh Gott, was ist mit seinem Kopf passiert? Hallo. Es klappt nicht. Das Papier funktioniert nicht. Was will er denn mit dem Papier machen? Das Papier sollte so funktionieren, wie sie gesagt haben. Ja, was soll es denn tun? Ich brauch das Papier, um zu sehen, was im Fernsehen läuft. Okay. Die Wellen müssen stark sein. Wechsel bitte den Kanal. Okay, mach ich. Mr. Cupcake. Human Testing Improved. Eine Dokumentation. Es geht nur um Kieferzapfen und Ameisen. Na dann. Okay. Kanal wechseln. Kill Monday. Schön. Tester, Menschen freigegeben. Okay. Ich glaube, das wird nix. Noch mehr gruselige Clowns. Wuh. Die Pillen. Ja, ich guck jetzt erstmal so alles an und danach gucken wir alles mit den Pillen an. So, was war mit dem Clown? Was ist mit dem Clown? Lustiger kleiner Elefant. Herr Elefant, sie sind sehr pink und weich. Okay, Spielzeug. Actionfiguren. Boot. Was ist mit ihr? Was ist mit ihr? Auch schon lobotomiert. Isabel. Wir kennen sie. Sie wacht nicht auf. Stark sidiert. Okay. Gorilla. Ah, der Gorilla. Oh, was ist mit dem Bademantel? Cool. Cool. Pinkes Seil. Na dann. Gehen wir mal raus. Was? Ich trickere bei dir, okay, Google? Geil. Haha. Wer ist sie? Die Küchenfrau? Hi. Oh, hallo, Fran. Wie geht's dir heute? Wir seien tote Tiere. Wir sagen mal gut. Schön, dass es dir gut geht. Mach jetzt weiter. Okay. Die gelbe Tür öffnen. Das ist ja keine angebrachte Frage. Ich denke, du sollst auf dein Zimmer gehen. Oh, tut mir leid. Ja, wir gehen mit unseren Freunden spielen. Schokolade. Nice. Hm, Nudeln. Können wir denn das Radio anmachen? Ah, wir sind weit weg von allem. Okay. Wenigstens kein gruseliger Clown. Wer ist er? Mr. Oswald start mich irgendwie an. Sofa. Noch mehr Handtücher. Hm. Hallo, bist du neu hier? Ich hab dich noch nie gesehen. Nein. Bist du von unten? Oh Gott, unten gibt's noch mehr. Pop them pills. Hm, sie glauben mir geht's jetzt besser. Wie heißt der denn? Könntest du mich bitte töten, bitte? Äh. Klar. Peng, du bist tot. Danke. Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin tot. Boah, das mach ich auch nächstes Mal, wenn Leute mich nerven. Lemonade. Milch. Können wir hier irgendwas nehmen? Ja, die Nudeln sehen nicht so gut aus. Okay, runter geht's nicht. Es fühlt sich an, als käme eine kühle Brise Traurigkeit durch den Zaun. Na dann. Bereit für die Pilz? Oh, der Teggen. Ich werd dich auslachen. Ich werd dich anlügen. Ich werd dich verstecken in den Schatten. Boah. Okay. Eeeh. Gruselig. Oh, aber die Schokolade ist noch on point. Sie verstecken dich, weil sie dich lieben. Sie tun dir weh, weil sie dich hassen. Oh, kleiner Junge, jeder schämt sich für dich. Okay. Ja, die Schwester ist gestorben. Wir waren's nicht. Oh, sie ist groß und tickt. Okay. Spooky as fuck einfach. Wow, sein Kopf ist einfach geplatzt. Boah. Ich glaube, er sagt, dass du bald stirbst. Hast du Angst zu sterben? Ich hoffe nicht, denn es passiert, ob du es magst oder nicht. Oh nein, sie haben es total falsch gemacht. Sie haben deinen Kopf in kleine Teile geschnitten. Bitte hol mich heraus. Bitte hol mich heraus. Naja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, gar nichts. Sieh mich an. Ich sage, ich sorge mich, während du vor Hunger stirbst. Ich sage, du bist schön, während ich dich vergifte. Sieh mich an. Ich sage, ich liebe dich und lehre dich selbst. Hass. Okay. Sick. Oh, was? In der Küche ging's noch weiter? Oh, gar nicht gesehen. Sie sind tot. Nee, der kann dich bestimmt nicht hören. Dieser heilige Mann hat dich gänzlich ausgezogen. Oh, wie schön diese Rosen sind, nicht wahr? Deine Mama, glaubt ihr nicht? Diese... Oh Mann, es geht ab, ey. Kadaver. Es lebt. Ja. Ich hoffe, es verfolgt mich nicht. Anni liebt es, die mit wie ein Kästchen zu trinken. Leider ist sie nicht meine Katze. Tja. Tja, Anni. Stör mich nicht. Geh weg. Ich esse. Okay. Ich habe Verständnis für diese Aussage. Fass mein Schwert nicht an. Wusste ich nicht. Sorry. Du sollst dich verbeugen und deutlich sprechen. Ich bin dein König. Ja, ähm. Du bist nicht König. Ich bin nur der König des ganzen Universums. Verbeuge dich. Na gut, wir verbeugen uns. Sehr gut, mein Kind. Was ist der Grund deines Besuches? Ich will deinen Stock. Gib ihn mir. Ich möchte euren Gätschern haben. Ja, wir meinen das Schwert. Oh, was würdest du mir dafür geben? Hm. Alles, was ihr braucht. Bring mir ein Schloss und ein Pferd. Nur dann überlasse ich dir mein Schwert. Schön. Ein Schloss und ein Pferd. Hm. Haben wir nicht. Milch. Oh, kommen wir da raus? Diese Tür ist nachts immer abgeschlossen. Ich kann nicht raus. Okay. Aber wir können mal aus dem Fenster schauen. Immer noch der gruselige Spielplatz. Okay. Ja, habt ihr schon die neuen Emotes gesehen? Alpakas und Grabsteine. Weil mehr als zwei gehen im Moment leider nicht. Sieht aus wie scheiß Geoffrey. Stimmt. Geoffrey. Ja. Wie er schmatzt. Das triggert mich ein bisschen. Oh. Hey, girl. Sie ist wach. Ne, ist ne neue, oder? Hi, Anni. Hast du keine Angst vor mir? Ne? Weil ich Zaubertricks kann und dich müde machen, wusste ich nicht. Tell me more. Das ist sehr gruselig. Besser du machst es. Aber wir können nicht. Ich kann dir das magische Zeug geben. Okay, cool. Okay. Das alles einschlafen lässt. Na dann. Das ist toll, stark und super. Oh, die Pille. Wie funktioniert das? Können wir dem Typen am Büro geben? Ich hab keine Ahnung. Ja gut, Anni. Hier waren wir noch gar nicht mit den Pillen. Gott, er ist bestimmt richtig gruselig. Garantiert Tartakelmonster oder so. Hol den Schlüssel. Okay, erinnert mich auch ein bisschen an der Garden Knife. Ich frag mich, welcher Teil des Körpers das ist. Sieht für mich aus wie Darm. Bäh, Herr Schwein ist nackt. Ein knuspriger Schweinekopf. Bereit serviert zu werden. Ja. Ich frag mich auch, wer das essen würde. Okay, gibt's hier noch mehr? Ne. Nun gut. Wow. Das ist so sick, dieses Spiel. Ich hab's echt nicht erwartet. Hallo da oben. Ihr Kleid ist sehr schön. Ihr Kleid ist wirklich sehr schön. Meine Mutter hatte auch sehr schöne Kleider. Oh. Princess of Pizza. Aber nicht die richtige, oder? Euro-Horheit. Gruselige Ohr. Diese Ohr klingt komisch. Finde ich auch. Es fühlt sich an, als ob sie direkt in mein Ohr flüstert. Ich verstehe nicht, was sie sagt. Was ist das? Meine blutende Ohr. Als ob die Zeit kaputt wäre und stehen blieb. Ich bin in den Ohren etwas deprimierend. Ich auch. Besonders morgens um sieben. Hm. Blinklicht. Das ist sehr hypnotisch. Ich wünschte, ich könnte es ausschalten. Noch mehr Uhren. Oh. Das Auge von Mr. Midnight. Vielleicht ist das. Vielleicht, weil ihm die Zeit davon läuft. Rezeption. Ich könnte lächeln, mich verbeugen und die Schwester bitten zu öffnen. Andererseits denken sie dann wirklich, ich sei verrückt. Das ist die Haupttür wahrscheinlich, ne? Ja. Da müssen wir raus. Hm. Das Büro des Doktors ist der Schlüssel. Das ist mein Weg hier raus. Doktor Oswald Harrison, ein wertiger alter Mann. Achso. Okay. Ah ja. Hm. Hm. Was? Parnas ist eine westfälische Spezialität, besteht aus Schweinskopf. Uah. Hm. Pizza. Okay. Ähm. Stimmt, wir haben hier gar nicht in echt drauf gekriegt. Der Zaun ist sehr abgeschlossen. Hm. Na, das ist der Alarm, schätze ich. Auf dem Schild steht, wo es im Krankenhaus ist. Aber es zeigt nicht, wie schrecklich dieser Ort ist. Es sollte willkommen am schlimmsten Ort der Welt draufstehen. Rezeption. Gut. Okay. Okay. Lukas geht wieder. Bye, bye. Okay. Vielleicht sollten wir einfach den Dude küssen. Ein Kuss für den Schlüssel. Was meinst du? Ah. Boah, schwieriger Name. Danke für den Vorlauf. Magisches Zeug, das alles schlafen lässt. Hm. Nicht in den Liedhafen ist leer. Keine Zeichnung. Ah. Chef der Kinderpsychiatrie. Anish Sulz. Demian Goldsmann. Firma Bronson. Charles Hickfranbo. heutige Besuche. Oh. Niemand hat uns besucht. Sad. Können wir da rausgucken? Ne, können wir nicht. Ja, wir müssen ihn irgendwie betäuben. Vielleicht können wir ihm eine Tasse Kaffee oder so aus der Küche mitnehmen. Ah, stimmt, das passt. Er ist eh völlig out of control einfach. Schokolade. Eine kleine Limonade. So durchsich bin ich aber nicht. Doch. Benutzen. Das versuchst du nicht. Okay. Weil er muss halt irgendwie einpennen, ne? Der Salat sieht ausnahmsweise frisch aus. Schön. Oh. Zimtschnecke. Aber da packen wir jetzt einfach mal die Pille rein. Das ist jetzt ein magischer Kuchen. Ein müder, müder Kuchen. Das verfüttern wir jetzt an den... Sie hier. Oh, hell. Hier ist ein Kuchen für sie. Habe diesen Kuchen für sie. Haha. Was? Kein Interesse? Das macht ihr Leben süßer. Ja. Was? Dem nicht versüßen? Was? Was? Na, mein scheiß Kuchen, Mann. Nein, und jetzt lass mich in Ruhe. Shit! Hm. Habs? Was ist das Interesse?